Bremen-Bachsee, Berger-Bachsee, Jägera-Jägera. Ich habe sehr viele Touristen in Versailles täglich in die Hunde gelebt. Ich habe sehr viele Touristen in Versailles. Ich habe sehr viele Touristen in Versailles gelebt. Ich habe sehr viele Touristen in Versailles gelebt. Wir septeln in Versailles nicht. die ich wieder einmal zurückgekommen habe, und wieder zurückgekommen wurden. Die Kinder wieder zurückgekommen hat Das war dann wieder zurück. Dr. 20-40 Jahre. Ich bin hier, die Erde ist hier. Die Erde ist hier. Die Erde ist jetzt so. Ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier leer. Ich bin hier, ich bin hier. Die Bullen immer wieder kommen, weil sie getrennt werden. Sie kämpfen mit den anderen, sie schlafen. Die Kühe auch. Ich kann sie nicht separieren. Ich kann sie nicht genug entfernen. Es wird sehr schwierig. Je mehr überrascht, es wird mehr schwierig. Sie müssen im Benvenhof ein évigster Blumen. Als Sie nicht mehr von der »kartei« und insofern hat sich etwas zu verantworten. Sie schlafen sich nicht einfach zu verantworten. Sie haben nicht die Geschenkartel, also können Sie es nicht wirklich für den Boden machen. wenn man sich das Defender nicht konzipiert, dann kann man das eine Gelegenheit geben. Sie können die Geschenkartel verfolgen. Therefore, der Baobachter kommt. Die meisten Dinge werden von verschiedenen Leuten gegeben. Einige geben ihnen Essen, einige geben ihnen Geld. Ich habe einige Fonds von meinem eigenen Inheritanz für meine Eltern. Das ist auch wichtig. Also, alle zusammen ist es sufficient. Dieser Ort geht. Ich bin sehr dankbar für die Appreciation. Diese Farmerslie hat auch geholfen. Viele Menschen wissen, dass ich diese Farmerslie habe. Ich bin froh, dass die Tiere zu geben. Aber ich sehe so viel Schmerz. Sie kommen mit brokenen Böden, brokenen Böden und Legen. Die Tiere schlafen und die Tiere schlafen. Sie liegen auf der Straße. Sie können nicht aufstehen. Sie sind sick. Wenn es zu viele Schwierigkeiten gibt, dann denke ich es. Aber ich kann sie nicht mehr überleben. Wenn ich sie weggeflogen würde, dann würde sie noch mehr überleben. Das ist der Grund, warum wir nicht aufstehen können.